The best way to relax after a hard day's work is to get an ice-cold beer and watch Crownies new Counter-Strike-Video. Cheers everybody, don't forget to subscribe and hit that like button. Hilt wieder. Ja, dann haben wir dann angefangen am Samstag glaube ich, ne? August, also Samstagabend, ja. Ja, finde ich auch sehr, also hat auch echt, echt Spaß gemacht, so Samstag, Sonntag, jeder hat so ein Zwanni aufgeladen, also wirklich nicht viel, ne? Das Video ist gesponsert, Templings ab 18 und Kohle auch nur ausgeben, wenn ihr es übrig habt, ne? Hab ich vergessen zu sagen. Ja, immer ein Zwanni aufgeladen und haben da ordentlich geballert. The Oocybin. Boah, geiles Lied, geiles Lied. Ne, hat aber echt absolut Bock gemacht, ich war auch in so einem Head-up-Turnier, lief eigentlich ganz gut, bis wir rausgeflogen sind und, äh, so. Das war's jetzt auch schon mit der, oh Gott, oha. Das schmeckt nicht, schmeckt, würde ich sagen. Oh Gott, jetzt geht's halt noch mal. Ja? Aber bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Oh, das klingt wieder so zu. Guck mal kurz hier die Prozente an. Ja, die Poker-Story war die schlechteste, die ich je gedroppt hab, muss ich sagen. Wir könnten es ja gar nicht, sehr Highlight-mäßig gar nichts passiert. Uns ist Bruch, ich noch nicht. Ah. Was war denn so dein Top-Highlight aus der Poker-Session? Ähm, ja, bei den Co-Turnieren habe ich leider auch nie einen rausgehauen. Das ist eines zu den Go, da war ich Zweiter. Da hab ich dann meinen einzigen Gewinn eigentlich geholt. Also, da hab ich halt immer das Wochenende 20 Euro gebrannt. Ja, ich glaub, ich hab noch ein bisschen was. Ich glaub, das größte Turnier, das ich mitgespielt hab, war mit 11 Euro Bayern. Da hab ich leider aber auch keinen rausgehauen. Ja, leider, leider. Also, wir sind 30 Dollar plus noch, ne? Finde ich auch geil bei Skin Club, dass die rechts oben das jetzt angezeigt haben, dass man 100 Dollar ins Kind hat. Ja. Also, seitdem der eine Typ reingeschrieben hat, ich soll mir ein bisschen Eier zeigen, damit es nicht so langweilig ist, ne? Fühl ich auch. Also, hab ich mir auch überlegt hier, mit dem, der hier als Zuschauer, würde ich einfach auch ein bisschen Nervenkitzel haben wollen. Plus, ich muss dazu sagen, mit dem Eier zeigen, es lief nicht schlechter als sonst. So, manchmal mach ich halt, ja, oder? Also, manchmal auch mal halt extrem. Einmal, einmal Bruch halt und einmal extrem gewonnen, ne? Ja, genau, also, es hält sich irgendwie schon die Waage, muss man sagen. Ist hier nicht mal ein Case-Opening-Battle oder irgendwas machen? Warte mal, warte mal. Jetzt gibt's mal. Die gibt's mal, sagst du? Ja, 8% hat man auf eine nicht-Struktur-Waffe. Ah. Jetzt sind wir, plus, minus, nein, okay. Ja, plus, minus 0 ungefähr. Ich glaub, du musst hochscrollen, ansonsten wird das ja nix mehr da draufklicken. Oh, ja, ich hab's gesucht. Tämper. Wir haben jetzt 2 Uhr nachts. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja. Häuser hinzufügen. Häuser. Ich hab denen auch schon so oft Sachen geschrieben, was falsch ist in Deutsch, aber Häuser hört sich halt auch absolut murri an. Kisten hinzufügen. Velle die, warum steht da oben, warum steht da oben links? Velle die Runden 3, bin ich. Keiner. Was machst du denn? Äh, 35, machen wir mal. Kommen 3 Spieler, in der Hoffnung. Boah, Suicide. Bist du den zum Abruf oder nicht? Äh, nee, glaub nicht. Boah, Suicide Squad find ich auch absolut geil, hab ich neulich erst angeguckt. Naja, ist nix für mich so. Hast du dich eingeguckt im Film? Nee, die Vorschau gefällt mir dafür nicht. Kommt jedes Mal, oder kam jedes Mal vom Kino immer. Boah, ich mag halt. Oh, 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 oh. Was denn jetzt? Warum geht das schon los? Ja, weil da zwei Leute gecheiden sind. Oh, oh. Oh, oh, wir sind hinten. Oh, oh, nein, der rechte. Gerade. Aber, was, ich war echt knapp. Mach nochmal, oder? Nee, nee, nicht den. Gucken, die Leute warten noch, die haben nur Bock. Die haben, glaube ich, echt Bock, ja. Kannst du da gar nicht, oder? Ja, ja, aber ich würde hier auch gerne mal ein paar Battles sehen, ne? Kannst du das auch ein paar Mal reinmachen, die Kiste, vier Mal oder so? Kriegen wir auch 20 Cowboy-Hüte. Oh, 60 toller Battle? Ja doch, das würde dem, das würde dem Kollegen gefallen haben. Ja, vier Spieler. Erzähl ich aber auch hier auf deinen Kommentar. Bisschen Balls, ne? Das ist jetzt schon abgezogen, oder? Das wären wir gar nicht gelaufen. Ja, 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 doch. Doch, doch. Da haben wir jetzt noch 29, bevor es dann losgeht. Ah, zweimal die? Ja, kannst du machen. Was kommt da für eine Musik? Da musst du auch mal nachmachen. Nein, 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 nein. Ah, ich werde das raus, ne? Aua. Ich habe gewählt, 9 Dollar. Ich habe dich eigentlich rechte eingestuft. Habe ich auch, ne? Hallo, wir haben hier 50 Cent zu wenig. Zum Aufrüsten. Ja, aber irgendwie sind wir hier als harte Minus gerade. Ja, ja, ja. Er ist nicht dabei, da kann es nicht so hartes Minus sein. Oh, oh, Battle geht los, Battle geht los. Erster schon wieder. Oh nein. Oh, guck mal der hier. Der hat direkt schon 21 gezogen. Oh, Katastrophe, Alter. Oh, oh. Hallo, wir brauchen jetzt hier einen Banger, Junge. Okay, können wir vergessen. Jetzt noch einen Banger brauchen wir. Oh, 60 Dollar für den Arsch, Alter. Das wird nicht der zweite, oder? Ja. Oh, 60 Dollar für den Arsch, Alter. Au, au, au. Außer 20 Hüter haben wir da nichts rausgeholt. Aber jetzt. Alter, habe ich hier so schön die Upgrades vorbereitet, weißt du? Ne. Machen wir mal mit 33 Prozent. Müssen wir 70 oder so 200 Dollar, oder? Ne. Ja, das kriegt man auch gut los. Das ist cool. Auch ein Stat-Rack? Ja, oder? Ja. Ja, Kass, Factorio New. Doch, doch. Oder hier, das? Na, ja. Ist eigentlich egal. Was haben wir denn? 31 Prozent. Oh, oh. Warte mal, wo kann ich denn das hoch... Ach ja. Okay, ich mache die Augen zu und du sagst Stopp. Stopp. Ey, point aber auch einfach direkt rein. Guck mal, entweder wir haben jetzt 200 Dollar Videos gemacht, oder wir rollen so raus. Das sieht echt gut aus. Jibbi. Alter, das mit dem Ballen lohnt sich. Wir haben zwar nicht viel Profit gemacht, aber wir haben Profit gemacht. Ja komm, das andere Messer machen wir jetzt noch einen Trade-Up. Ja, ja. Also, wir haben jetzt hier sonst nur 30 Dollar Plus gemacht. Da muss ich natürlich schon ein bisschen zwiebeln. Komm nochmal, okay, mach. Eigentlich musst du die Augen zu machen, nicht ich, oder? Warte, achso. Äh, stopp. Oh, andere Richtung, die es war auch direkt reingebohlt. Komm, das wäre jetzt krank. Er hat mir mal 150 Profit. Hält sich auch noch in Grenzen, aber... Oh, rutsche doch ein Stück, Digga, rutsche doch ein Stück. Ey. Nein. Haben wir sie? Was? Ja, haben wir sie gekriegt, Digga. Absolut geil. Hä, das war nicht drin. Ich war doch niemals drauf. Digga, da muss ich gleich aber ranzuchen, aber vom Allerbeinste. Ich finde nicht irgendwie, dass man so ein Ticket gucken kann, was das für ein Ticket fallen ist. Doch, doch, müsste eigentlich schon gehen, Alter. Oh, die Fährdaten. Ja, super. Trinkt mir das aber gerade auch nichts. Was man halt sieht, so, wenn es ein 34er-Ticket ist, weiß ich meine Meinung. Ich hab gedacht, wir haben es so ohne Prozent verkackt, oder so. Ja, ich hab auch gedacht. Alter. Na gut, jetzt ein großes Upgrade? Nein, 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 nein. Jetzt so viel brauchen wir heute. Was gibt's denn hier überhaupt schönes, was ich loben würde, oder? Alter, nee, nee. Aber was wir machen können, wir können mal gucken, ob es jetzt 200 Dollar Case gibt. Das ist dann aber auch die absolute Letzte. Ey, warum? Wir haben doch hier ordentlich gemacht. Oder willst du jetzt hier die Eier zeigen? Ja, guck mal, hier gibt's jetzt noch ein 200 Dollar Case. Ja, guck mal rein, was drin ist. Prozente. Boah, ist halt so viel verteilt. Mhm. Ja, aber wie du willst. Mein Teil ist getan. Ich hab hier 150 im Fluss. Boah, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt hast du schon alles angeklagt. Ja, ja. Wir machen es aber so. Ich gucke, wie nächstes Video läuft. Und wenn es gut läuft, machen wir nochmal eine dicke Kiste auf und verkaufen was. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Bis nächste Video, oder? Okay. Okay. Lieben Sie da, ich bedanke mich beim Onze. Ihr müsst ihr alle in die Kommentare schreiben, sonst vergisst ihr das. Ich sag's. Ja, ist so, ist so. Äh, ja. Schlusshockey dann in Onze, den hält es ab. Ja. Das war's auch schon. Okay.